Ich möchte euch zeigen, wie man für den gesamten Text mit Hilfe von Formatvorlagen eine gut lesbare Schrift auch verwenden kann, zum Beispiel Times Enrollment oder Calibri. Am einfachsten wäre es vermutlich den gesamten Text zu markieren und dann hier oben eine bestimmte Schrift auch zu wählen. Ich soll es aber mit Formatvorlagen machen, das hinkriege ich jetzt hier her. Und habe hier die sogenannte Standardformatvorlage. Und die wähle ich mir auch dann schon mit der linken Maustaste aus, rechter Maustaste, jetzt geht das Kontextmenü auf und wähle hier ändern. Ich habe jetzt hier mehrere Registerkarten und kann jetzt hier bei Schrift mir eine entsprechende Schriftart zum Beispiel aussuchen. Hätte ich bei mir schon Times Enrollment ausgesucht, könnte ich mir auch eine andere Schriftart aussuchen. Ich gehe mal so durch, habe hier Calibri und kann hier dann Calibri einstellen. Und somit wird, wenn ich hier in dieser Vorlage die Schrift auf Calibri ändere, man sieht es hier dann, auch im gesamten Text dann immer Calibri verwenden. Das heißt, wenn ich anfange, irgendwo etwas zu tippen, das Ganze in der Schriftart Calibri dann angeführt.